Mein Name ist Florian Telgen und ich bin Tief- und Straßenbauer bei der Firma Knollenhaare. Wir befinden uns hier auf der Baustelle Meppen am Umspannwerk. Dort erweitern wir die Baustelle und wir sind für den Tiefbau und Betonbau zuständig. Die Kabelschutzrohre haben eine sehr hohe Qualität. Das haben wir daran gemerkt. Die Rohre sind sehr leicht zu handhaben und man konnte mit zwei Mann die Rohre sehr gut verarbeiten. Das E-Line-Protect und das Fügelwerkzeug passt einfach super zusammen. Das Handling ist sehr einfach. Es ist einfach zu verstehen und auch deutlich schneller. Das E-Line-Protect finde ich sehr innovativ, weil man einen planen Übergang hat, einen glatten Übergang, keine Kanten und dadurch ist es sehr gut geeignet für Kabelschutzsysteme. Die Erfahrungen beim Kabeleinzug waren sehr gut. Es hat alles wunderbar geklappt. Alle sechs Kabel wurden eingezogen. Die Vorteile vom Kabelschutzsystem von Ostendorf sind auf jeden Fall die super schnelle Geschwindigkeit. Wir haben wirklich noch nie so schnell Rohre gelegt. Wir bereiten den Graben vor mit dem Bagger. Der Bagger kann dann andere Arbeiten machen, weil wir dann in Ruhe wie in diesem Bauvorhaben 250 Meter Rohre legen und dann kommt er wieder zum Absanden. Das heißt, wir können zwei Baustellenabschnitte auf einmal machen und dadurch sind wir auf jeden Fall schneller und dadurch natürlich auch rentabler. Der Support von Ostendorf war überragend. Uns wurde alles vor Ort gezeigt, wie das Fügewerkzeug funktioniert. Das kennt man so auch nicht und da kann man einfach sagen, das war top und außerdem, wenn man dann nochmal ein Problem hatte, konnte man immer anrufen und es wurde einem sofort weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.